Der letzte Song ist ein bisschen heftiger, ein bisschen schneller. Wir würden uns freuen, wenn ihr ihn komplett durchtanzt. Wer von euch hat heute schon mal getanzt, heute hier? Kommt seid ehrlich, Hand hoch. Wer von euch steht irgendwo rum und hört zu? Kommt seid ehrlich, seid ehrlich. Ja, doch. Zwei sind ehrlich. Der Rest überlegt noch. Beim nächsten Song wäre schön, wenn ihr alle durchtanzt. Das ist was für die Konditionsstaben. Da spart ihr euch den nächsten Besuch im Fitnessstudio. Oder müsst ihr euch am Elbenufer mit T-Shirt rumlaufen. Das könnt ihr alles jetzt erledigen. Also schwingt die Hüfte in dem entsprechenden Tempo. Ich hör' nicht auf! Wegen dir hab ich letzte Nacht Keiner habe zugemacht Wegen dir hab ich danke sehr Wir brauchen kein Wunder mehr Wegen dir hab ich mich verkehrt Wegen dir hab ich Schwarzgefährd Wegen dir, euer Ringtier Was für was los! Nein ironically Wegen dir hab ich mich interessiert, mit Freunden, ach, sariert Wegen dir hab ich mich interessiert, und geh mit keinem mehr Wegen dir hab ich mich interessiert, und ich steh' mir für ganz kaputt Wegen dir, oh ja, wegen dir, und du hast schon mitgelegt Ich hör' dich auf, ich hör' dich auf, ich hör' dich auf Ich hör' dich auf, ich hör' dich auf Ich hör' dich auf, ich hör' dich auf, ich hör' dich auf Ich hör' dich auf, ich hör' dich auf Ich hör' dich auf Vielen Dank. 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 Vielen Dank.